Hallo, wir haben immer noch den selben Tag wie beim Olli Tricktip. Eigentlich sind es auch nur 5 Minuten später. Aber heute machen wir einen Kickflip. Das erste, anfangen wie beim Olli, hochziehen, nur ziemlich seitlich rausziehen. Also, genau hier wo der weiße Strich ist, muss man mit dem Fuß raus. Die Fußstellung ungefähr wie beim Olli, nur ein bisschen offener und nicht ganz so weit im Board drinnen. Und dann einfach oben rausziehen und den Fuß rauskicken, warten bis das Board rumkommt, im hinteren Fuß über dem Board bleiben, der hintere Fuß catcht und der vordere Fuß kommt nach. Das sieht dann so aus. Scheiße!